Nachhaltig. Mir passiert das immer, dass man das auf der Schimmel schimmt. Ich weiß nicht, was ich da mache. Ich habe hier ein Schimmel, das ist eine Algen. Ich weiß nicht. Ich habe hier ein Schlittergrill-Algen. Manchmal war ich dann schon sauber. Aber das ist ja gut für alles. Also auf Schluss kann es nicht sein. Die Staffel-Algen-Küren. Der ist oben auf dem noch ein Stückchen. Das ist ein Wettbewerb mit den Haltzimmerhäusern. Wir sehen nicht heute. Das kommt hier. Oh! 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 Oh. Oh! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020